Mal, habt ihr euch echt die ganzen Download-Hits angehört? So viel Freizeit möchte ich auch mal haben. Aber ich denke, ihr habt Glück, dass ihr so viel Zeit mit mir verbringen durftet. Ciao, bis zum nächsten Mal. You don't believe in ghosts and UFOs and stuff, do you? Ah, kids, you're so full of crazy dreams and fantasies. Wait, what's that behind you? Did you just listen to the entire Download Top 10? Wish I had as much free time as you do. Still, at least you got to spend all this time with me. See you next time and check back soon. Hello, Grime City. It's that time again. Time for the Download Top 10. I'm Barbara and here are today's Top 10 Downloads. No need for applause. Just send money. The word piano means a gentle sound. The original name was Klavichembalo Kohl Piano A40 Yeah, I'll stick with piano. Nintendo Wi-Fi Connection Do you know it? It's easy, easy, free, 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 game, and games. Nintendo DS Internet Service Wi-Fi Wi-Fi に繋げれば もっとバンブラが楽しくなるわよ Today's birthday You're the 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 birthday So I spent all my money in 1999. Imagine my embarrassment when the world didn't end. Wisst ihr, was Piano bedeutet? Das ist Italienisch für leise. Die volle Bezeichnung ist Klavicembalo col Piano e Forte. Angeblich. Ich bleib lieber bei Piano. This is Barbara, working overtime again on the Download Top 10. I've always got the latest information here for you. Let's start with today's Top 10 Downloads. J'aimerais bien avoir une lampe magique, comme Aladdin. J'ai tellement de souhaits à réaliser. Déjà, de l'argent à gogo, ensuite, de plus belles oreilles, et puis aussi des vacances inoubliables. Ah oui, et sans oublier les engels, une grosse... Don't you think it's easier to hear distant sounds at night? Apparently, it's because the earth's surface is colder. Don't ask me how that makes it easier to hear things. This is a good time of year for traditional Japanese blossom viewing. Get out with your friends and enjoy some Japanese food and drink. And when you do, play this song. Na ja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Na ja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Vorrei avere una lampada magica, come quella di Aladino. Però, un solo desiderio non mi basterebbe. Prima di tutto vorrei dei soldi, poi delle orecchie diverse, poi dei vestiti, poi tanti fidanzati, e poi ancora... Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Na ja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. I was finally discovered by a talent agent yesterday. But they wanted me to be in a horror film. They said I didn't even need makeup. How rude! Ojalá tuviera una lámpara mágica, como la de Aladino, para pedir un deseo. Pero uno solo es muy poco. Porque claro, pediría un montón de dinero, pero tampoco me gusta mucho el tamaño de mis orejas, y querría tener también un... Asiento mirando. Oshare na大人 no ongaku to yえば, ジャズよね. ジャズは西洋の ongakuと アフリカの ongakuが 組み合わさって生まれた ongakuなんだって. でも, 歴史は浅くて 100年くらいなのよ. よく知ってるでしょ? 大人だからね. アラブの大富豪の パーティーに行きたいわ. そうそう, カクテルパーティー効果って 知ってる? ザワザワしてても 興味のある会話なんかは 聞き取ることができるんだって. お金の話なら どこでも聞き取れるわよ. oh, 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 I've got an all-season look, so I try not to go out in the winter. Well, I can't afford the gas anymore, so hopefully this tropical music will warm me up. 今欲しいものは アラジンの魔法のランプね。 願い事を一つだけ かなえてくれるの。 でも一つじゃ足りないわ。 まずお金でしょ? それから リボーに レモってやせたいし。 それから dance Are you still up? You must have a lot of free time. Or maybe too many catnaps. Well, there aren't any special messages from me past this hour. Listen to this And go to sleep. This is Barbara, working overtime again on the Download Top 10. I've always got the latest information here for you. Let's start with today's Top 10 Downloads. It's finally summer. Time to hit the beach. By the way, did you know, sound travels faster through water than through air. That doesn't speed up the beat of the music, though. Ach, ich hätte gerne eine Wunderlampe, die mir einen Wunsch erfüllt, so wie diesem Aladin. Obwohl, ein Wunsch reicht bestimmt nicht. Als erstes würde ich mir natürlich Geld wünschen. Ein paar neue Klamotten könnte ich auch gebrauchen. Ach ja, ein Urlaub in der Südsee, ein Leben lang Pizza-freihaus. 五千譜は読めない,音符は苦手,っていうあんたたちでも 簡単に曲が作れる機会を仕入れたわよ. 歌うだけで楽譜ができる花歌作曲に 気ままに鍵盤を叩けば楽譜ができる鍵盤作曲よ. Sunday's almost over. I'm sure many of you out there are dreading the new week. You can cry on my shoulder again this time next week. Meanwhile, listen to this and dream of the beach. It's time for all the kids to go to bed. If you've got no worries, you've got no excuse for not being able to sleep. Here, listen to this. It'll send you right to sleep. Wasn't that fun? That's it for the Download Top 10 today. But I'm always getting new information, so check back soon. See you next time. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, hab ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Okinawa mukashi Ryukyu-Oukokuっていう王国だったのよ. Oukokuって憧れるわ. Watashi ga女王様でみんな atashiの前に入れふすのよ. Eh? お前なんかすぐついほだって? 失礼ね. もうすっかり夏ね. 夏といえば海. そうそう知ってる? 水中のほうが空気より音が早く伝わるのよ. だから水の中では8ビートは16ビートにってそんな意味じゃないわよ. Nice to see you back. It's time for the Download Top 10. We've got some rocking songs lined up for today. Let's start with today's Top 10 Downloads. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, hab ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Jazz is definitely the music for classy adults. It's originally a blend of Western and African music that originated about a hundred years ago. See, I know my stuff. That's because I'm a classy adult. Ever hear the phrase June Bride? There is a superstition that getting married in June means you'll have a happy marriage. Personally, I think it's a bad sign if you have to rely on a superstition. Sagt mal, habt ihr euch echt die ganzen Download-Hits angehört? So viel Freizeit möchte ich auch mal haben. Aber ich denke, ihr habt Glück, dass ihr so viel Zeit mit mir verbringen durftet. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, hab ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Bis zum nächsten Mal. Nintendo Wi-Fi Connection. So viel Zeit mit mir. So viel Zeit. So viel Zeit. Magique, comme Aladdin. J'ai tellement de souhaits à réaliser. Déjà, de l'argent à gogo, ensuite, de plus belles oreilles, et puis aussi de vacances inoubliables. Ah oui, et sans oublier l'essentiel, une grosse... I wish I had a magic lamp like Aladdin, so I could have a wish granted, but one wish just isn't enough. I mean, of course, I wish for money first, but I also don't like how my ears look, and I wish I had somewhere to go on holiday, Bestimmt findet ihr Ruhe.